Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Psychonauts und wir befinden uns hier in der Gedankenwelt von Gloria, der ehemaligen Superschauspielerin. Und irgendwie geht hier alles den Bach runter hier auf der Bühne. Ich hab das Gefühl, wartet mal, ich werd mal hier den Ritter der Freude in dieses... Ja, den Drachen wegmachen, ne? Ja, das machen wir mal. Kurz klick, 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 klick. Jawoll! Aha. Aber das Thema Respawn hier, find ich ein bisschen lästig. So. Was können wir jetzt an der Stelle hier tun? Können wir überhaupt was an der Stelle tun? Nein. Wartet mal, ich guck mal, was wir vielleicht jetzt am Megafon haben. Kleinen Moment. Du hast das echt toll, Necki. Danke. Nee. Aber wir können... Ah, warte mal. Moment. Ah, wir können ein neues... Der Tag an dem... Ach, jetzt verstehe ich. Moment. Wir können jetzt hier nach und nach... Einige von den neuen Büchern preischalten. Jetzt verstehe ich das. Dann nehmen wir das mal mit dem Postschiff. Oh, noch ein Skript. Ja. Der Tag, an dem das Postschiff kam. Oh, oh, oh. Requisite, ich brauche sofort ein Schiff auf der Bühne. Okay, Leute. Geht auf eure Positionen. So, jetzt bin ich gespannt. Action. Oh, wirklich. Ich glaube, ich sehe das Postschiff kommen. Oh. Hat es denn jemals ein schöneres und prächtigeres Schiff gegeben? Nee, keine Post für dich, hässliche Kröte. Wow. Haha, ätsch du Dickerchen. Ja, 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 ich bin schon getarnt. Ich bin schon getarnt. So. Wir gucken mal gerade rein hier. Ah. Ach, das war ein Portal? Ach so. Ah. Ah. Okay. Okay. Ja, und ich werde die Briefe absenden. Persönlich. Ha, ha, ha. Na. Ei, 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 ei. Äh, ei, 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 ei. Die Fledermäuse weg. Na. Haben wir sie alle? Ich glaube ja. Und da ist doch ein neues Buch, wie ich sehe. Nein. Aber okay, wir sind da hingekommen, wo wir hinwollten. Abschied von Heim. Haggata. Wir werden mal hier noch... Ah, Mist. Wir werden mal noch nichts ändern hier. Wir werden das Buch jetzt hier reinsetzen. Denn ich denke mal, es wird ja hauptsächlich darum gehen. Waren wir eigentlich hier hinten schon drin? Hinter den Kulissen. Ah, okay, das ist die Bühne. Schon gut. Schon gut. Äh, wir haben hier noch ein Buch. Abschied von Heim. Haggata. Hey, ich glaube, das ist das mit dem... Keorequisite. Funktioniert der alte Heißluftballon noch? Ab geht die Post, Leute. Showtime. Das gilt auch für dich, Kleiner. Du musst auf diesen Ballon hechten, wenn du auf die Laufstege willst. Okay, okay. Und action. Seufz, dann holt mich meine Mutter endlich aus dieser trauenvollen Mädchenschule vor. Keine Bange. Ich glaube, ich sehe sie gerade in einer Zauberwolke herbeischweben. Hey, magischer Ballon ist dein Stichwort, du Affe. Hey, in diesem Bühnenbild gibt es keinen magischen Ballon. Aber ich kann trotzdem hier runterspringen und dich in den Hintern treten. Dann... Ah! So. Das heißt, wir müssen dann nochmal umschalten. So. Hier rein und da durch. Ähm... Ist hier jetzt einer? Nein, 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 nein. Ah! Wo, 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 wo. Ah, dieser... Huh. So. Da ist jetzt keiner. Müssen wir jetzt, ähm... Diesen anderen Modus aktivieren. Moment. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer einen traurigen Modus, äh... Ja... 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 Puh... Oh, liebste Mutter, liebst du nicht auch die neue Villa am Meer, die nur einen Bruchteil des Geldes kostete, das der plötzliche Erfolg mir bescherte? Ja, Gloria, meine Tochter, ich lebe nur für dein Glück allein. Es ist so schön, wieder beisammen zu sein und alles teilen zu können. Ich bin ja so glücklich, dass du mir weder Ruhm noch Jugend neidest. Auch wenn mein Stern so viel schneller aufging und so viel heller Strafe entdeile, der dann so schnell wieder verglüht. Ach, du komm, hör auf. Ja... Ja... Ähm... Braver Hund. Wurf, wurf! Okay, ihr tut mir jetzt nix, ne? So, was passiert, wenn wir jetzt hier umschalten? Da können wir, glaube ich, hochklettern. Ich hab gedacht, dass ich, Gloria von Guten, schon in jungen Jahren der Star meines eigenen Broadway-Musicals bin. Ich hoffe, meine Mutter ist stolz auf mich. Und nun, Vorhang auf! Äh... Hossa, für wahr! Welch süßer Duft erfüllt die laue Luft! Lasset uns wirbeln und glücklich sein! Sei umschlungen, ewig junger Baum der Liebe! Okay... Jauchzet und froh locket! Denn der Lenz bemächtigt sich unser! Das Maiengeist ist spürbar längst! Ich bin ein bisschen verstört. Hurra! Mein Baum! 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 Ich bin verstört! Und wir können auch nicht mal hochklettern hier! Oh mein Gott! Ähm... Da ist der Ballon! Und ich muss irgendwie... Irgendwie... Achso! Ich darf ja nicht vergessen! Moment! 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 Ähm... So, das da! Wir haben in das Postschiff, haben wir auch noch einen Durchlauf, glaube ich! Ja, an dem könnten wir noch feilen! So! Oh, wirklich! Ich glaube, ich sehe dort das Postschiff kommen! Genau! Das hat endlich Post von Mama! Oh, hat es jemals ein schöneres und prächtigeres Schiff gegeben? Sind Sie Miss Gloria von Guten? Ja! Nun, dann sind diese vielen Säcke mit Lavendel-Duft in der Fanpost für Sie, schöne Dame! Ja! Oh mein Gott! So! Aber jetzt können wir hier nämlich rein... Ehemals-Geliebte! Ehemals-Geliebte! Ich bin kranken Neid auf meine erstaunliche Karriere! Bitte verlass mich nicht, Gloria! Mein Kind! Wenn du jetzt gehst, tue ich mir etwas Drastisches an und beschere dir ein emotionales Trauma! Vielleicht gütig ist es mir! Mein Ekel vor dir macht mich krank! Okay, wir können jetzt hier durch. Wo sind wir jetzt? Wir müssen jetzt oben sein, oder? Ja. Die Frage ist aber... Die Frage ist aber... Moment. Haben wir hier schon alles freigeschalten? Ritter der Freude, Postschiffe. Lass... Ach, das jetzt hier, ne? Moment. Lass uns Abschieb von Heimragata nochmal spielen, ja? Ja, an dem könnten wir noch feilen. Was ist los? Es gibt keine Zauberwolke in diesem Bühnenbild. Mist! Okay, wir rennen einfach glücklich durcheinander. Vielleicht merkt's ja keiner. Äh... Ach! Jetzt, jetzt! Moment mal. Ist es hier da? Ähm... Ich ahne Übles. Moment mal. Ähm... Ach, Scheibenkleister. Moment. Äh... Lass uns Abschieb von Heimragata nochmal spielen, ja? Ja, an dem könnten wir noch feilen. Toll! Das geht auch nicht. Okay, Moment. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen. Psst! Ja, 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 ja. Es gibt keine... Mist! Okay, wir rennen einfach glücklich durcheinander. Genau. Ne, äh, wir müssen... Moment. Ach! Ist immer wieder weg. Äh, wir brauchen das Postschiff erst mal. Ja, an dem könnten wir noch feilen. Genau, genau. Wir brauchen nämlich das Schiff, nämlich. Okay. So, komm. Ich überspringe gerade. Nicht wundern. Hey, alles okay da unten? So, dann kann ich nämlich jetzt... Wo ist das Schiff? Ach, komm, hör auf. Dann müssen wir das so machen. Ach, nee, das war... Nee, war es nicht. Das hier ist es. Warte mal, ich muss mal ein Stück zurückgehen. Ah, lass mich doch mal durch, ja. Da oben. Da ist es jetzt. Passt auf. Jetzt aber. Das Megafon. Heim Agatha. Lass uns Abschied von Heim Agatha noch mal spielen, ja? Ja, an dem könnten wir noch feilen. So, jetzt. Dann holt mich meine Mutter endlich aus dieser grauen Fall weg in die Schule fort. Keine Bange. Ich glaube, ich sehe sie gerade in einer Zauberwolke herbeischweben. Hey! Psst! Was ist? Es gibt keine Zauberwolke in diesem Bild. Ah, nun komm. Mist! Mist! Okay, wir rennen einfach glücklich durcheinander. Vielleicht merkt es ja keiner. Hm. Aber da oben ist die doch. Moment. So, aus mit dir. Was ist das? Ja. Pff. Peggy, hörst du mich? Muss außer Reichweite sein. Ja, leider. Peggy, hörst du mich? Muss außer Reichweite sein. So, ähm, so, ja, ja, klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Hey, du hast recht. Ich glaube, da sind sie. Jetzt sind wir... Hallo, geliebtes Töchterchen. Wir sind zurückgekommen. Bitte komm mit uns und sei glücklich. Denk nie wieder an diesen bösen, bösen Ort zurück. Super. Ja. Ende. Ja. Boah, 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 boah. So. Ich glaube, jetzt können wir auch freundlich wieder umschalten, oder? Ach nee, wir müssen hier jetzt so hoch. Sonst kommen wir da gar nicht ran, sehe ich gerade. Ja, 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 ist okay. Meine Lieblingsbeschäftigung hier. Wie war das mit dem Umdrehen? F, genau. Und F, und jip, 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 äh, jip. Und F, und jip, 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 und jip. Nee, so kann man machen, ne? Nee, wir müssen... Doch, so reicht aus. Und... Ach nee, wir müssen hier auf die Mitte. Und... Ha! Ja! So, meine lieben Freunde. In der nächsten Folge haben wir das Phantom an der Backe. Und ich denke doch, dass ihr mich da... ...begleiten werdet. Wo ist es? Oh Gott. Ja, ja, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Firefox.